Und mit dem tanzenden Mario ein herzlich Willkommen zu dem neuen Part von Super Mario Odyssey. Leute, im letzten Part, die Musik, geil. Im letzten Part haben wir die Musiker, die haben wir alle in der Stadt gesucht und Pauline singt jetzt hier ein schönes Ständchen und also es sieht Wahnsinn aus. Und da oben dieses Donkey Kong. Ist es das erste Donkey Kong oder so, was es gab? Oder mit einer der ersten? Wenn ich jetzt richtig liege. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerade absolut Hype. Ich habe richtig Bock auf diesen Part hier gerade. Wir gehen rein. Guck mal, wie geil das alles ist. Wie geil ist das bitte? Wir haben, Alter, wir haben jetzt, wir gehen jetzt hier über, what? Nein. Wir gehen jetzt wirklich hier überall durch so 2D-Passagen und haben im Hintergrund, guckt euch den Hintergrund an. Alter, da ist eine Reizüberflugung gerade, man, man, also, Alter. Ist, wir werden jetzt so viel übersehen, ich sag's euch. Wie geil ist das denn bitte? Alter. Ist das das Finale von Odyssey? Odyssey. Ich wollte da nicht rein. Du, da sind wir schon ziemlich am Ende von Odyssey. Ich finde das Wahnsinn. Ich bin hier gerade heller hoch begeistert, ne? Geil. Let's do the Odyssey. Oh, there is see. Geil. Geil. Ich wollte noch gerade was ausprobieren. Wir müssen hier, wir dürfen nicht aus den Augen verlieren. Warum geht der denn nochmal da rein? Ich wollte springen hier. Für nichts und wieder nichts. Perfekt. Wir dürfen hier nicht aus den Augen verlieren, dass wir, ähm, hier noch Sachen suchen müssen, finden müssen. Alter. Ich find's geil. Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr diese Passage von diesem Spiel findet. Ich find's geil. Aha. Ich hab da unten eben schon eine Röhre gesehen. Aber, wir gehen hier mal gerade weiter. Aber da ist auch noch eine Röhre. Aber die hole ich jetzt mal nicht. Sondern wir gehen jetzt mal erst in die Röhre rein. Und finden einen Mond. Du, 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 du. Das sind die 2D-Passagen, die überall jetzt in der Stadt so aufgebaut sind. Geil. Sie. Oh mein Gott. Wie, so das blöde Gefühl, dass ich irgendwo wieder was übersehen hab, ne? Wir sind fast oben. Wir sind in dem Level. Das ist das Donkey Kong Level. D.K. stand hier mit den Münzen. Alter. Leute. Ich, also, wenn ich irgendwie mal keinen Satz hier beenden kann. Was zwar häufig der Fall ist. Aber jetzt gerade besonders in dieser Phase. Ich bin einfach, ich bin begeistert. Da steht auch wieder D.K. Da oben ist D.K. Kann ich den Ketsch haben? Kann ich ja hier gar nicht, Luh. Dumm. Ich wusste gar nicht, dass Pauline so gut singen kann. Moin, D.K. Musste das sein. Ich bin jetzt oben, oder? Ja! Ja! Ich bin, ich geh erst mal hier so überall hin, ne? Erst mal hier rumlaufen. Aber voll die Gummi. Jetzt. Hallo! Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Lass mich raten. Einen Multimod? Jawohl! Gewinn! Alter, wie geil ist dieses Spiel, bitte. Ein traditionelles Festival. Alter, wie geil war die Passage. Es war gerade mit einer meiner Lieblingspassagen in diesem Game bis jetzt. Wahnsinn. Also, geil. Bis jetzt Lieblingsstelle. Auf einmal ist alles so. Reise. Festival zu Ende. Was ist das jetzt? Oder? Wie sieht das hier jetzt aus? Klasse! Wir haben endlich genug. Wir können ins nächste Land reisen. Ich wollte das davor eigentlich noch. Aber er hier macht ja noch Tipps. Also. Ich, äh. Da unten. Es hat sich was getan in der Stadt. Hier ist der Taxi. Das ist der Taxifahrer aus. Aus der Wüste. Hier ist der Typ. Nein. Oh, hey. Hey. Du bist. Erinnerst du dich auch? Ja, natürlich. Wir haben uns im Wüstenland getroffen. Nein. Ist ja auch egal. Trotzdem cool, dich zu treffen. Es heißt ja, das Beste am Reisen sind die Leute, die man trifft. Hier hast du ein Geschenk, mein Freund. Geil. Dankeschön. Nimm mich mit. Ich habe hier alles gesehen. Bring mich an einen neuen Ort. Am liebsten zu einem riesigen Wasserfall. Sicher doch. Ich bring dich ratzfatz hin. Ich besorge mir noch ein Autogramm der Bürgermeisterin. Danke zu. Riesiger Wasserfall. Meint er das Kaskadenland? Ich werde einen Wasserfall sehen. Juhu. Bald geht's los. Safe. Ähm. Kaskadenland. Safe Kaskadenland. Geil. Da ist der Mond. Ja, mir fehlen da noch Dingens. Münzen. Oder nicht? Wie ist denn jetzt hier der Zwischenstand? Ähm. Warte mal gucken. Listen. Wir haben jetzt 5... Also es fehlen noch 15 Münzen. Wir haben jetzt 34 von 66 Mohnen. Das ist natürlich auch schon mal was, ne? Könnte ich auch schon mal was nicht. Ah, hier, das wollten wir auch nochmal nachgucken hier. Schön alles in der Reihenfolge. Klasse. Bis 23. Ah, ne, hier ist noch ein bisschen was. Aber sonst... Hier hinten ist nichts mehr. Ne. Souvenirliste. Ah, hier vorne fehlt halt noch das Hutland und so, ne? Hutland. Geil. Also, das Festival, Leute. Schreibt da unbedingt mal in die Kommentare. Oder lasst einfach nur eine Bewertung da, wie ihr das fandet. Ich fand das ja mal sowas von cool. Was ist das hier noch für ein Laden? Kann ich hier rein? War ich hier schon drin? Ja, hallo. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das von der Brutzelebene aus die ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit einem Ründchen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. Und an deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Spielen wir. Jackpot kann beginnen. Wirf deine Kopfbedeckung. Gleiche Symbole wären gut. Na, dann nehmen wir einfach mal... Wir nehmen einfach passend den Mond. Der kommt nach dem roten Herz. Und das rote Herz kommt nach der Münze. Gar kein Druck. So. Münze, rotes Herz, Mund. Checkpot im City-Land. Den Mond nehmen wir auch noch gerne mit. Wirklich beeindruckend. Das macht dann weitere 10 Münzen. Moon, da haben wir leider keine mehr. Möchtest du trotzdem spielen? Nein, danke. Dann möchte ich nicht mehr. Aber was ist jetzt gerade mal hier? Haha. Hier wird nichts mehr sein, ne? Über dem Kassending. Ne. Aber wo sind die letzten Münzen? Die haben wir ja. Vielleicht haben wir jetzt noch mehr Läden hier geöffnet. Oder kann ich jetzt... Ne, das ist der Bauarbeiter. Da unten waren wir ja drin. Hier ist Stopp. Hier ist nichts mehr. Da hinten waren wir auch. Hm. Kann ich hier irgendwie noch was drin machen jetzt hier? Die sind ja immer noch im Spiel, die Leute. Wo? Wuhu. Party. Aber hier wird nichts sein, ne? Ja, hier sind auch keine Münzen. Hier ist nix. Nix, was mir gerade direkt auffällt. Aber ich würde hier gerne noch so gucken, ein bisschen, ob hier nicht doch noch irgendwo was ist. Da ihr verwendet Power Monde, sagtest du schon mal? Warte mal, kann ich hier irgendwie rein? Ne. Da ist aber auch nix hinter, ne? Ne. Ich glaube, ich bin noch nie hier die Treppe hochgegangen. Die gehen wir jetzt einfach mal hoch. Was ist denn hier los? Willkommen auf meinem Motorroller Parkplatz. Hier auf dem Dach. Ich weiß, wo der Hase herläuft. Wir brauchen einen Roller. Oder? Ist die Frage, kann ich mit dem überhaupt hier hochfahren? Wir probieren es mal, unser Glück. Wir schauen jetzt einfach mal. Äh, Roller, Roller, Roller. Wir brauchen einen Roller, der steht vorne. Machen wir jetzt hier noch so ein paar Quests, ein paar Mode zu bekommen. Da steht er, Roller. Komm her. Achso. Ich hab draufgeknurrt. Beschleunigen, springen. Ach, springen kann man auch, ja. Dann ist das ja easy. M-m-m-m-m. Ach du Scheiße. Perfekt. Ich seh nix. Ich fahre schon. Na, ob der so eingetragen ist hier vom TÜV, die ganzen Sachen, die hier an dem Roller dran sind. Straßenzulassung. Irgendwann? Perfekt, das wollte ich gar nicht. Jetzt hab ich wirklich mit dem Roller hier hochfahren müssen. Hallo. Wow. Du bist mein allererster Kunde, der hier seinen Motorrad geparkt hat. Glückwunsch. Ja, her damit, Alter. Mal gucken, was hier noch so ist. Hier waren wir aber, glaube ich, schon mal. Oder? Ja, die lila Münzen haben wir schon mal. Und anders wären wir von da unten hochgekommen. Okay. Hier waren wir auch. Können die da irgendwie gucken? Ist da was drauf? Muss ich jetzt mal checken. Hier ist auch noch ein Roller. Da ist nur eine Mülltonne drauf, ne? Ich glaube, die hab ich aber auch schon mal. Ne, hier ist ein Mond. Perfekt. Geil. Den haben wir auch. Jetzt müssen wir nur wieder hier rüber. Da oben war noch ein Roller drauf. Ich bin auch bestimmt nicht irgendwie auf dem Dach. Den anderen Däschern auch noch was ist. Waren wir da hinten schon auf dem Koron-Gebäude? Ja, ich glaube, ne? Fahren wir hier aber erstmal wieder hoch. Und gehen jetzt erstmal hier komplett hoch. Ganz oben auf der Spitze waren wir ja schon. Also man muss wahrscheinlich den Roller nehmen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Schlüssel. Holy shit. Haben wir hier noch was? Wer sonst? So Münzen oder sowas. Ja, den Schlüssel, den hab ich ja jetzt schon. Ja, nice. Nehmen wir auch gerne mit. Warte mal, kann man... Da wollte ich jetzt nur mal da drauf. Waren wir da unten? Ja, da unten in dem Radio war mir auch. Wo sind denn die letzten Münzen? Nicht doof? Also es sind ja noch ein paar Locations, wo Münzen sein können, müssen, sollten, tut und tut. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Wir sind noch nirgendwo wieder welche hingekommen. Ich würde auch sagen, bevor wir jetzt die ganze Zeit hier suchen, machen wir uns ab, oder? Das... Ah, hier, guck mal. Wer bist du denn noch? Hallo? Noch n... Dings. Easy. Diktak-Tonier 1. Und tot. Spawn ich jetzt? Hier. Ich würde aber gerne noch mal da rüber, weil ich glaube, ich will die eine Passage noch mal machen. Die eine Passage würde ich gerne noch mal machen. Wo? Wo so Regenwetter war. Perfekt. Hier ist nix. Lol, als ob. Hier gar nix ist. Naja, gut. Dann nicht. Aber was ist das denn hier noch für ein Räumchen? Da gehen wir doch auch mal rein. Ja, jetzt haben sich hier anscheinend so ein paar Räume geöffnet. Ich will erst mal so ein bisschen gucken hier. Wir randalieren hier. Mal so klar. Ich seh halt nix. Äh. Äh. Münzen. Noch mehr Münzen. Ich hab nur noch ein Leben. Was ist das? Da war nix. Ich muss das. Ich hab nur noch willkommen kommen. Das muss ich noch mal machen. Alter! Was war das denn? Wer da runterkommt! Nein, ich hab wieder eine Münze verpasst. Ja. Oh oh. Wir sind jetzt fast auf einer Höhe gewesen. Den hab ich. Schönes Bild, Alter. Schönes Standbild hier mit der Fresse so. So, mir fehlt jetzt... Nee, hier kommen, glaub ich, noch mal Münzen, oder? Nee. Kam da nur einmal Münzen? Oder hatte ich die andermal? Mal gucken, ob hier hinten noch was ist. Also es ist, äh... Beim ersten Mal war es irgendwie erschreckend. Beim zweiten Mal war es jetzt gar nicht mehr so schlimm, aber... Wir müssen halt, äh... die Münzen haben, ne? Das Moped ist die Sport. Ach nee, jetzt kann ich hier auch noch laufen. Ach gut, perfekt. Aber sonst war hier auch nix, ne? Nee, sonst ist hier auch nix. So, wir müssen es nochmal machen. Wir müssen halt die Münze noch haben. Wahnsinn! Wie viel es hier gibt bei der Abfahrt. Kommen wir jetzt mal hier rüber ein bisschen. Ach nee! Da wären die anderen Münzen. Die hab ich ja. Tschüss, Dino. Jetzt muss ich es nochmal machen, ey. Jetzt geht's mir schon da auf den Sack, ne? Aber jetzt schaffen wir das. Wieder hier rüber orientieren. Jetzt kommt der Dino. Dass ich auch alles immer kaputt machen muss, direkt. Ha! Hab ich sie. Man kann sich ja an den Markierungen so ein bisschen verorientieren, ne? Dass jetzt hier was kommt. Perfekt. Super. Aber wir haben, wir haben die Münze. Das heißt, wir haben dieses Level hier geschafft. Wir haben beide Monde und wir haben die Münzen hier rausgeholt. Äh, wir haben jetzt 16. Es fehlen jetzt noch 5. 9! 9 Münzen fehlen noch. Sind das safe noch so andere Dings offen. Andere Läden. Da war mehr. Da war mehr auch drin. Hier hat's ja überall so geregnet. Aber über die Passage können wir eigentlich auch nochmal gehen. Wird halt gerne die Münzen finden, muss ich ehrlich sagen, ne? Die Monde, die holen wir irgendwann mal. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch. Hier waren wir auch, ja. Ja, den haben wir ja auch. Jo, den haben wir. Aber man sieht auch nirgendwo mehr noch, ähm, Münzen oder so. Oh, der Timer ist auch zu Ende. Leute, ich würde einfach sagen, die letzten Münzen, wenn ihr's wisst, schreibt's mir das, schreibt mir das gerne in die Kommentare, weil ich weiß nicht, wo sie sind. Ich komm auch nicht drauf. Wir können ja hier mal gucken, mal hier irgendwo Münzen sehen. da ist noch ein Häschen da oben, ne? Was hat das Häschen denn noch auf sich? Das Häschen würde ich, glaube ich, gerade mal noch abchecken. Das Häschen würde ich abchecken. Sonst sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nichts. Da, das Häschen. Wie komm ich da jetzt drauf? Das ist jetzt die Frage, die wir uns noch stellen. Ich muss da oben hin. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich versuch zumindest. Wir gehen einfach wieder voll hoch auf diesen Tower. Startaus. Und dann machen wir einfach so einen Jump dahin. So. Woll ich nicht drauf. Damit kommen wir ein bisschen weiter, ne? Wir probieren es einfach mal. kommen wir auf jeden Fall bis hier hin schon mal. Jetzt können wir hier vielleicht, kommen wir hier schon dran. Jetzt können wir nämlich hier hoch. So. Und da ist das Häschen. Perfekt. Aber jetzt will ich gerade mal hier noch was gucken. Aber da oben waren wir auch schon. Häschen. Hey. Wo ist er? Ist er jetzt hier runtergesprungen? Wo ist es? Hallo? Officer. Es ist da rübergesprungen. Du bleibst jetzt mal hier. Ich habe ihn einmal erwischt. Ja, super, Alter. Jetzt hüpft er hier immer von da nach da, Alter. Mann. Muss ich den zweimal hintereinander treffen, oder was ist das? Da ruppen wir jetzt schon wieder den Nerven. Wahrscheinlich wieder für einen, also was heißt nur für einen Mond. Ich finde es unfair, dass er direkt immer hier hin und her hüpfen kann, Alter. Och Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen eingesteigte treffen. Jetzt habe ich das Problem hier schon wieder, ey. Ja. Geil. Danke. Danke. So, Schluss jetzt. Mann, Mann, Mann. So, den Mond musste ich jetzt noch haben. Himmel. Meine Güte, das war ja eine Geburt. So, das war aber jetzt der letzte Mond, den wir jetzt hier mal geholt haben, ey. Junge, junge, der will nach Kaskadenland oder ein Land das wir noch nicht kennen und wir bereisen im nächsten Part auch ein neues Land. Wir haben hier 91 Münzen und 42 Monde. Finde ich ganz okay. Wenn ihr noch Monde und Münzen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, im nächsten Part bereisen wir ein neues Land, welches das ist. Lasst euch überraschen. Ich weiß es auch nicht. Verschluckt. Sorry, Leute. Sorry. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Für heute bin ich raus und ciao. fellow. Ciao. . Vielen Dank.